Hey, hey, hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Uncharted 1 im Full HD Remaster, wie auch immer, der netten Drag Collection für die Playstation 4. Im letzten Part haben wir ganz, ganz viel gegen diese Viecher gekämpft und... So, Moment. Jetzt werden wir jetzt mal kurz... Oh, oh nice, das war's schon. Ich dachte, ich wäre jetzt noch nicht so weit. Okay, ich werde mir erstmal die M4 hier mitnehmen und mit der M4 erstmal ein paar Kills machen. Aber erstmal wird jetzt der da oben erledigt, der nervt mich. Oh nein, nicht gut, nicht gut. Okay, jetzt wird das M4, bitte greifen. Danke. Dankeschön. Wer, der lebt noch? Ich dachte, der wird tot. Wo, was? One Hit? Ma, es ist zum Kotzen, diese Stelle. Ist zum Kotzen. Wo ist er? Ach, da um die Ecke, okay. Schön. Es ist wirklich so lächerlich. Moment mal. Das ist meine... Lol, ich hab jetzt erst gesehen, der PS4-Controller kotzt. Passt sich meiner... Äh, meiner Gesundheit an. Gerade als ich tot war, war das nämlich da hinten rot. Das Leuchten. Oh, die haben scheinbar auch grad Granaten werfen wollen. Äh, in Deckung, nein. Okay. Hör auf. Lass mich in Ruhe. Okay? Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Och. Ich will jetzt mal ganz kurz, ähm... Weil ich grad eh Munition dafür finde. Ich möchte nur einmal ganz kurz meine... Ich will mal wieder mit der Goldenen spielen. Moment. Also weil ich jetzt hier sowieso Munition dafür gefunden hätte, nehme ich mir jetzt einfach kurz die Goldene. Einfach, weil ich mal wieder damit spielen möchte. So. Nein! Okay, jetzt ist erstmal wichtig, dass wir erstmal den Typen da oben erledigen. Geh drauf. Geh drauf. Drauf! Drauf! Immer noch nicht. Jetzt ist er down. Gut. So, den erledigen wir noch schnell damit. Und jetzt holen wir uns die AP40 wieder, ne? Weil es für die wahrscheinlich... Na, obwohl ich glaube, jetzt wird's gar nicht mehr mehr so viel Munition für die geben. Äh... Ne, das war unten. Weil wir jetzt, glaube ich, langsam in Richtung... mehr Gegner kommen. Oh Gott. Oh, M4. Na gut. Solange ich M4s... 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 A1s... Waffen kriege, bleibe ich auch dabei, auf jeden Fall. Die Gelegenheit lasse ich mir auf jeden Fall nicht entgehen, weil für die brauche ich noch Trophäen-Kills. Also Kills für die Trophäe. Und ich habe langsam das Gefühl, dass ich wirklich einen Schatz übersehen hab. Oh ne, ne gut, alles gut. Alles gut, keinen Schatz übersehen. Kommt der her? Wow. Oh hey, ich kann hier snipen. Ist zwar nicht unbedingt nötig, ich habe dafür ja auch schon die Trophäe, aber trotzdem. Ist ganz cool. Okay, die müssen irgendwo um die Ecke oder so sein, keine Ahnung. Ist doch nicht hier unten, oder? Ne. Oh Gott. Oh Gott. Ach du Scheiße. Das war jetzt durchaus ein bisschen knapp. Jetzt musste ich mich gerade auch nochmal ganz kurz ein bisschen konzentrieren. Sonst wäre das hier auch schief gelaufen, glaube ich. Okay, einer noch. Ne. Oh, da kommt auch noch einer. Jetzt wird es munitionsmäßig hier wieder ganz schön knapp. Oh, ah. Ja, da hinten ist einer, aber den kann ich nicht treffen. Oh nice. Oh nein, nicht schon wieder so ein One-Shotter, oder? Augenblick, ich muss mich kurz konzentrieren. Schieß doch auf die Viecher, du Idiot. Ich kümmere mich jetzt erstmal kurz um den Typen, bevor ich hier irgendwie weitergehe. Okay, ich glaube ich hab ihn. So, jetzt müssen wir uns noch irgendwie um die Viecher kümmern. Oh nee, das war... Nicht gut. Und ich muss wahrscheinlich wieder vorne bei den Kisten neu... Natürlich muss ich hier neu starten. Wie hätte es auch anders sein können. Okay. Okay. Hast du hier noch irgendwo deine M4 liegen? Ja, danke. Oh. Ey, sorry Leute, dass ich wirklich gerade so überruhig bin. Aber ich bin halt mega konzentriert. Ich hab halt keinen Bock, das immer hundertmal zu wiederholen hier, deswegen. Vielleicht könnt ihr das nachvollziehen. Oh, 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 oh. Los, lauf da hin. Jaaa. Oh doch. Komm. Komm. M4 irgendwo. Keine M4 mehr, schade. Doch. Nein, nein, nein. Alles nur nicht sterben, okay? Da können wir eine Granate hinlegen, das ist gut. Okay, wir räumen erstmal auf und dann kümmern wir uns um den Sniper. Sieht mir gerade ganz so aus, als würde es darauf hinauslaufen. Puh. Weg mit dir. Was, wo? Wo, wo, wo? Oh Gott. Legt hier mal eine goldene? Ja. Okay. Aua. Nein, 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 nein! Ich sag doch runter! Oh Gott, das ist halt. Hey, wir machen das jetzt mal aus der Hängestellung. Das ist nämlich auch gleich noch für eine Trophäe ja gut. Kills aus der Hängestellung. Habe ich? Ne, der lebt noch. Jetzt ist er down. Nice. Jetzt muss ich erstmal wieder ein bisschen Muni sammeln hier. Oh nein, da kommt schon wieder Wichser. Oh, oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ganz ruhig. So, wo liegt hier noch einer? Hier unten. Wow, direkt unter mir, na toll. Tja, wie kümmere ich mich jetzt um den? Am besten erstmal auf eine andere Position. Okay, ich habe einen anderen Vorschlag. Wir holen uns jetzt erstmal ganz kurz den nächsten Schatz, der sich hier noch befindet. Dafür müssen wir dort rüber. Und hallo, guldener Ketzenfisch-Anhänger. Damit fehlen uns nur noch... ...eins... Moment, welcher war das jetzt? Ja, okay, drei Schätze fehlen uns noch. Weil es gibt ja 60 Schätze und die Reliquie, deswegen insgesamt 61. Geht doch. So, jetzt erst... Wir machen das jetzt ganz ruhig hier, okay? Vollkommen ruhig. Nichts überstürzen, weil ich will einfach nicht wieder sterben. Oh, hübsch ist das hier. Das muss man trotzdem mal gesagt haben. Ja, Sniper brauchen wir nicht. Huh, der ging ja schnell down. War das ein Headshot oder was? Muss ja. Kann ich hier dran ziehen? Nein. Aber hier muss ich wahrscheinlich rein. Alles klar. Oder auch nicht. Ach doch, hier ist eine Leiter. Oh, die habe ich überhaupt nicht gesehen. What the fuck? Ich werde blind. Oh Leute, ich werde blind. Schnell zu Hilfe. Sully, bist du da? Verdammt. Sully, melde dich. Gott sei Dank, Nate. Wo bist du? Unterwegs zu dir. Sie haben... Boah, der ist schick. Ena, wir müssen sie aufhalten. Hab selbst Probleme. Die Mistkerle halten mich vor der Kirche in Schach. Bin fast da. Damit fehlen uns nur noch zwei Schätze. Und die sind in Kapitel 21, wenn ich das richtig in Erinnerung habe von dem Video. Wir sind sowieso, glaube ich, fast durch. Ich glaube, das gibt nur 21 oder 22 Kapitel. Wir sind jetzt schon in Kapitel 22. Äh, Kapitel 20. Das ist crazy. Und wir sind wieder in der Stadt hier. Nice. Oh, Moment mal. Hier sind wir. Hier haben wir mal einen Schatz eingesammelt. Der lag genau hier. Das heißt, wir müssen jetzt gleich zu der Stelle mit dem Baum kommen. Hallo, Sully. No, Alice, glaube ich, hier. Oh nein. Oh nein. Oh Gott. Ja. Da kann ich ja super ausweichen, wirklich. Hätte ich mich jetzt wahrscheinlich rollen müssen, aber... Na bitte. So, dann kümmern wir uns jetzt zumindest um die Wichser da oben mal schnell mit dem Scharfschützengewehr. Wo stand der? Ach, da. Oh, die Kirche ist schick. Die ist mir beim letzten Mal gar nicht so aufgefallen, ehrlich gesagt. Oh, oh nein. Wow. Jetzt hole ich mir schnell den Granatwerfer. Und mache damit noch schnell ein paar Kills, weil den brauche ich noch. Oh, nicht gut. Hier war der Bibliothek-Eingang. Was, das hat er überlebt? Scheiße. Oh, nein, das wollte ich nicht. Wer greift mich denn an? Oh, nein. Okay. Der hat wieder einen M4 für mich. Das ist sehr schön. Wo sind noch Gegner? Hallo? Keine mehr da. Die Kampfmusik läuft noch. Oh, doch, hier ist noch irgendwo einer. Da. Ne. Drüben. Oh, nicht duschen mehr. Oh, Gott. Da ist ein Granatwerfertyp. Okay, der kann uns hier aber nicht treffen, wie es mir erscheint. Dude, verpisch dich mal. Du nervst. Sorry, ich muss mich nochmal kurz konzentrieren. Ich will ja nicht schon wieder sterben. An der Stelle sind wir schon hundertmal gestorben, deswegen. So, jetzt erstmal auf den schießen. Der muss jetzt erstmal verschwinden. Ist er? Ja, der ist down. Den da oben habe ich scheinbar vorhin auch schon gekillt. Wo leben die denn jetzt noch? Da ist noch einer. Okay. Achtung, Granate. So, und wo ist noch einer? Da. Okay, komm hoch. Komm hoch. Boom. Die ist da. Zu der Kirche. Ich würde sagen, in der Kirche cutte ich dann erstmal. Oder cutten wir hier vor. Ist doch ein schönes Bild. Liebe Leute, das war's für den Part. Im nächsten Part gehen wir in die Kirche. Mhm. 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 Dannen, ciao. Mhm.